Und herzlich willkommen wieder bei Totenstein, Last Chaos, ein Inside Let's Play, was nie zu Ende geht. So, ja, dann herzlich willkommen wieder bei Juno. So, wie versprochen gehe ich jetzt nach Merik. Wir sind ja hier Level jetzt 33 und ich würde euch mal was zeigen. Wenn ich jetzt hier Eger anklicke, muss ich 500.000 Gold zahlen für die Reise. Also geht es jetzt nach Merik. So, wie ein Holzfäller, der Wald, der Bäume umfällt. Dann gucken wir mal, was auf Merik uns alles erwartet. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Merik ist einfach nur ein Ort zum Leveln, aber selbst hier habe ich nämlich auch Quests. Wir gehen jetzt erstmal Leveln. Aber hinten ist da schon der Questgeber. So, dann möchte ich mal ein paar Quests aufgeben. Der, der, der und der und der. Geht das eigentlich so mit den Häkchen? Nee, muss ich einzeln machen. So, wenn wir mal ein Quest haben. So. Wunderschöne Melodie. Schreiben schon über den Level, aber auch egal. Den Quest ballte ich mal. Notfall. Oh, zwei Quests. Okay. Ach, stimmt ja. Ich muss ja noch so eine Karte haben. Karte. Ähm. Ich glaube... Man verkauft mir jetzt hier eine Karte im Merik. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe da keinen Plan. So. Nehm die EXW-Tasten. Mal gucken wir mal noch ein bisschen hier rum. Äh. Wer kauft denn jetzt hier eine Karte? Ich brauche jetzt... Kletrat, dann brauche ich jetzt nicht. So. Das mache ich mal auf. Ich ziehe das mal weiter nach da. Dann mache ich das mal den Schloss wieder zu. Verkauft der jetzt die Lied? Mal gucken hier. Kaufen. Ah. Ein Stück. Mann, ist das teuer hier alles. So. Ja, die Dinger sind so wichtig. Ich weiß ja auch nicht. So. Ah. Muss ich mal aufmachen hier. So. Klack, klack, zu. So, dann gucken wir mal, wo ein A-Punkt ist. Ähm. Da. So, dann teleportieren wir uns mal zum A-Punkt hin. Gucken, wenn es sich schon eine Questbefehl-Verteidigung hat. Ich bin jetzt... Na gut, äh, 712, das muss meinerweise in meinem Gedächtnis mal ausreichen. So, anmelden. So. Gucken wir mal, wo der A-Punkt ist. Der ist schon gleich da. Dann teleportieren wir uns da auch mal hin, ein paar EXP einzusammeln. Wir werden erst mal nicht so schnell leveln. Teilweise wenig leveln. So. Na gut. Äh, genau. Oh, 10% haben wir noch angekriegt. So, was ist denn was? Ja. Ja, Merrick ist sowieso eine Belohnung. Können wir so sagen. Wo ist denn hier ein A-Punkt da jetzt? Ach, der ist aber ja da. Ja gut. Wenn wir schon mal da oben sind, können wir mal gleich mal killen. Gehen. So. Ah. Du Scheiße. So, was krieg ich da für... Ja, das nimmt man ja schnell EXP, ne? Ja, gut. Nehmen wir unsere Fledermaus raus wieder. So. Gehen wir zu dem Räuber. Und kill mal ein paar. Gehen wir jetzt auch nicht mehr so viel Erfahrung. Schaffst du eigentlich eine Fledermaus? Und krieg ich die Schaden. Ach, die Klinge sind ja immer noch drin. Na gut. Aber... Hier. Oh, nie die Lieder, Alter. Geh mal erstmal hier dran. Los. Jetzt komm ich nachher. So ein Lieder, der gibt es nicht richtig viel. So, da fällt er um. Gut. Ja, was müssen wir denn da sammeln? Ah, ja, gut. Ich weiß, wo diese Wegelagerrand sind und die Banditen. Und dann brauche ich, äh, Staubbücher, oh Mann. Ja, hier sind schon wieder die Räuber. Oh, die Kahl war ein bisschen groß. Räuber. Ah, hier Wegelagerrand. Hier sind noch welche. Ah, es geht doch. So. Wie, nur eine? Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche hier Banditen. Ah, hier sind noch welche, Alter. So, dann gehen wir mal ein. Na, wir fliegen so rum hier. Geiß mal den an. Ich greife so mal die an. Schaffe ich sie überhaupt? So, da hinten ist noch eine. Die gehen aber auch gut XP. Wie sie auch sieht. So, Landsring. Das nehme ich mal gleich mit. So, das Wegelagerrand. Na, gucken wir mal noch ein bisschen weiter hier. Ich greife mal die an. So, da haben wir es auch mal gebessigt. Hier kannst du mal so Knobeln angreifen. Ich greife mal so einen an. Da oben sich. Wieder zum Wegelagern. So, schon wird man ganz dringend. Den sammle ich auch wieder ein. Ruchzeitschlüssel. Brauche ich eigentlich nicht. Das sind nur diese Schätze zu öffnen. Eine brauchen wir noch hier. Kimmer. So, ich mal schön hierbleiben. Und zugucken, wie sie denn killt. Hä, hä. So, mal ganz wichtig. Die Leiste kommt hier unten hin. So, dann werde ich erstmal eine Gruppe finden. Mal so. Oh, viele Gruppen hier. Höllenhunde. Oh, gut. So, mal bereit zu treten. Äh, schreibt mal hier. Hey. Und TX1. Feins. Ähm. Der meldet sich gerade nicht. Dann gucken wir mal da noch einen freien Dämon. So, mal gucken. Ah, hat mich angenommen. So, dann gehen wir auch mal zu dem Fluss da hinten. Ja, der braucht dann nicht zu sehen, wer da alles on ist. Ah. Komm ich eigentlich den an? Da sei denn, der wäre höher, als ich hier wollte. Ah, den fand ich auch gut besiegen. Und hier ist irgendwie, keine Ahnung. Ah, hier ist ein Nooberserker. Ähm. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Oh, mal gucken hier. Sind die scheiß Banditen wieder? Blutschlachter. Greif mal an. Schaffst du den? Bist du da bei Schaden? Ne. Die gehen wir auch gut. Die XP ohne nicht. Ja, dann gucken wir mal auf die Karte. Und dann teleportier ich mich mal zum... Was ich eigentlich mal wissen wollte. Zum Tempel. Ey. Wenn ich die Hunde kriege. Diese, ähm. Wie heißen die nochmal? Äh. Keine Ahnung. Sind wir wie 40. Und dann gucke ich mal. Die Fledermost ist übergepackt. Also genug Verteidigung hat sie ja. So. Ist ein angekommen. Ich gehe mal zum Eingang. So. Magadum. Magadum. Ja gut. Ach, wir haben noch eher, ähm. Dings hier. Na gut. Dann können wir mal eine Stunde machen. Oh, diese Rot. Ganz gefährlich hier. Okay, XP hier. So. Wann mache ich? Geh mal hier. Verwarten. Schaffst du das überhaupt? Ey, geil. Der schafft den. Der schafft den.